um ob er hat geschützt wo warst du was war ich hab gar nicht mal was gesehen ich war im Mülleimer und der eine hat versucht mich hochzuheben und dann hat er gemeint dass ich nicht will und dann will mich gerade ich bin Hunter auf einmal und dann will ich weglaufen und ich wollte das Telefon nehmen damit ich nicht so leicht zu erschießen will und ich bin auf einmal im Stuhl oh scheiße ich stacke ich stacke ich bin was völlig bin Hindertes und stacke super ich komm nicht weg ich hab verloren es ging ja nicht ich stacke irgendwo wo ich nichts anderes nehmen kann ja da ist wohl Pech gehabt ja aber vielleicht fällt es ja nicht auf ich bleib einfach hier eventuell fällt es keinem auf also wenn ich so drüber nachdenke ist es eigentlich voll unauffällig kann sich nicht irgendwie zurücklehnen hä wieso bist du down toll wenn man stirbt wenn man so viele Schüsse auf eine Sache steht ach ich dachte du hast dir das durchgelesen nö aber ich bin super unauffällig ich hör da wen laufen bist du denn ich bin ja jetzt down ich bin in dem einen Office da wo die Geiseln sind ich bin in dem einen Office da wo die Geiseln sind oh der eine sieht mich eventuell gleich der in dem Office ist er kämpft mit dem Radio siehst du es nein ich bin doch hier guck ihm zu ich bin doch soll ich mal taunten oh sieht er mich weißt du er sieht mich aber bist du nicht das Schild da er heizt nicht dass du das Schild da bist oder nicht die Pinnwand da heizt es nicht oh ich hab das ich bin auf einmal stuck gewesen ja ich wollte so ein Pfeilkabinett nehmen hatte eins in der Hand und hab das hoch geworfen und beim hochwerfen und loslassen hab ich dann die Pinnwand genommen oh einer ist ja im Konferenzraum er ist immer im Konferenzraum und checkt alle Stühle das find ich oha oha o ma o o o o das o 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 Ich hab gerade die unfairste Stelle ever gefunden, aber ich nutze sie nicht aus. Okay, sag ich weiter. Die unfairste Stelle ever, also. Ja, aber ich bin weitergegangen, sodass ich dann woanders bin. Ich hab doch eine unfairste. Gefunder, hier bleibe ich, glaube ich. Also sich nicht unfair, sie ist einfach nur klug. Einfach nur klug. Ich muss pinkeln. Ich hoffe, ich geh mal kurz, bis ihr mich gefunden habt. Oh, einer ist schon tot. Was denn? Ich hab einen neuen Versteck kaputt gemacht, den muss ich zu meinem alten. Okay, einen hab ich gefunden. Muss ich nur noch dich finden. Wieso hast du ein altes Versteck kaputt gemacht? Ich hab einen neuen Versteck kaputt gemacht und bin so weitergegangen. Ja, weil ich versucht hab mich da rein zu quetschen und das ist einfach alles umgefallen. Und ich dachte nur, hm, oh mein Gott. Ich bin so gut geheimd, und niemand kann mich finden. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich habe jemanden. Ich weiß, welches Versteck du kaputt gemacht hast. Du warst hinter diesen beiden Paletten, oder? Nein. Die lagen da. Aber wo bist du jetzt, ist die Frage. Du kannst, muss hier in der Nähe sein, oder? Fick dich. Bist du so eine Palette? Nein. Ah, ein Schuh! Bist du der Schuh? Wo bist du hin? Du blockst nicht. Du hast mich geblockt. Oh, du verlierst Leben, aber du stirbst nicht. Nein, du verlierst nicht, du stirbst nicht, Alter. Ich hatte einen HP. Oh Gott, Alter, das war so knapp. Also, was für ein Stubi? Ja, ihr wisst, wo ich vorher war, am Sporn dieser blauen Container, da drunter erkannt war mit dem Stubi, das ist voll überunfair. Ja, dann bist du... Lengen! Er hat sich bewegt, der Idiot. Er schreit dann auf einmal, das ist... Nein, mein Todeslauer, Alter. Lengen!